Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Dark Souls 3. Es wird sehr unregelmäßig erscheinen, das ist mal das vorweg. Ich habe jetzt mehrfach versucht, mein Mikro einzustellen, dennoch, dass man X-Doppelt hört, bla bla bla. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Und das ist jetzt der... Na gut, ein Part hatte ich schon, den ersten. Ah, aber das wollte ich nicht so, wie ich wollte. Deswegen gehe ich hier vorfragen. Ach so, ähm, ja. Ich dachte, dann kann man auch... Ich muss gleich nochmal schauen. Also, bis hierhin gespielt. Ja, also nicht mehr wirklich weit. Ich gehe verlassen. Ich dachte, man kommt dann zum Charakter-Auswahl. Aber, naja, ich habe ja nur einen. Oh, das ist ein Vilan, ja gut. Egal. Äh, ja. Ich gehe mal zum Charakter-Auswahl. Ja, sicher. Ich gehe mal zum Charakter-Auswahl. Das ist ein Vortrag. Und das ist ein Vortrag. The Pilgrims discover the truth of the old words, the fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the abyss watchers, and the reclusive lord of the profaned capital, young the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is, that ash seeketh embels. So, ähm, schlecht. Weiblich. Ähm, vielleicht hat man doch etwas doppelt gehört. Ich hoffe natürlich nicht. Ich habe mich wegen meinem Mikarl ausgeschlagen. Ich werde auf jeden Fall gleich mal in die Aktion gehen. Und, ähm... Ja... Da den Zaunbissen weiter runter stellen. Naja... Ähm... Eigentlich ist mir das... Da hat die... Da hat die... Haar und Bärte, genau. Frisur. Hat das noch wichtig für mich? Joa, lass mir das. Nein! Ich bin Ren im Blacki. ich bin bei dem black nie von heisen ich bin ein bisschen aus der übung man hat vielleicht mein gothic drei let play gesehen aber das ist glaube ich gleich eigentlich nach gothic 2 aufgenommen worden oder zwei drei tagen ja das werde ich halt wie gesagt sehr unregelmäßig hochladen und ja mal gucken wir uns auf jeden fall noch durch und dazu kommt noch ich bin ziemlich aus der übung hatte auch noch das problem beim ersten mal aufnehmen das na ja mein recht das dick war meine maus heißt ich habe nicht schneller gedreht als man sollte und wie gesagt bin aus der übung heißt ich werde den ersten boss nicht mit dem ersten verduch schaffen aber naja lassen wir uns überraschen sollten ja eigentlich diesmal sind wir schneller weil beim letzten habe ich bisschen mehr zeit beim charakter erstellung verbraucht und weiter ich bin mir nicht 100 pro sicher gegenstand benutzen Ah, fix! Oh, wer hat das gedacht? Wie, da bin ich eigentlich oben. Hm. Das steht doch. Linker Stick. Hm. Naja, was soll's. Naja, was soll's. Kann ich nicht treten? Hm. Waffen wechseln? Ja. Das übliche? Hade ich schon gesagt, dass ich aus der Übung bin? Aber naja. Das werdet man ja noch sehen. Werdet ihr noch sehen? Werdet man noch sehen? Ja geil. Hm. Stimmt. Ich glaube, ich musste rasten, damit das als Checkpoint zählt, oder? Bin mir nicht sicher. Hallo. Sch... Sch... Kann ich springen? Der hat ja super geklappt. Ehrlich gesagt, den hatte ich beim ersten Mal vergessen. Ich bin denen einfach auf den Kopf gesprungen. Uh, leichter ein Kling. Schritt in der Sinne. Ist das normal, dass man so viel kriegt? Ich hab keine Ahnung. Äh, ich wollte mit X ausweichen. Die beiden Kinder, die fünf zu mir spielen. Hm. Gott. Hm. Hier könnte was sein. Außer Gegner, Mann. Ich halb mich. Uh, Krampombe. Hält mir. Aber ich denke, die ganze Zeit mein Handy leuchtet, aber... Das ist meine neue Maus, die einfach nur leuchtet. Naja, meine neue... äh, alte Maus hat einfach... Doppelklick gemacht, dann... Andere Probleme halt. Manchmal auch gar nicht geklickt. Ja, 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 oh. Uh, klärt sich da nicht schon. Das war ja genau. Oh, das kostbar noch. Hm. Ob das es gut gehen wird... werden wir gleich erfahren. Ähm. Mann, sehe ich gut aus. Was? Aua. Ja, besser spierats nicht, oder? Da bin ich noch. Oh. Oh. Eieiei. Ich war das mal. Ich lebe, ich lebe. Also, noch. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. nichts gutes auf jeden fall du bist gestorben also würde ich das jetzt nicht sagen habe ich muss mich auf jeden fall ausgehen ausgeweichen da würde ich bin ich sagen ich war mal besser aber ja ich weiß es nicht oh nein oh 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 yeah Ja Ah Nein Ah fuck Oh Oh Wir sehen nichts Wir sehen nichts Ich habe es überlebbar gesagt Oh 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 Und ich spiele offline habe ich Vielleicht noch vergessen zu sagen Weil ich kein bock auf pvp Überhaupt keiner Aber wer sollst Nicht jeder mag dasselbe So Warte mal Hallo Hallo Gerade ist ein Bruchsschwert Startwachsen Ja Ausrüstung FP Kosten Physisch Ja ich mache da Bisschen mehr Mit meinem jetzigen So Geht aus Mach siets Und ich werde die Parts wahrscheinlich so Ca 20 min Machen Wie es So üblich ist Aber wie gesagt Ich weiß nicht wann der nächste Part kommen wird Ich will zwar schon lange aufnehmen Aber Manchmal gibt es Tage da möchte ich Oder Finde ich keinen Antrieb zum aufnehmen Sag ich mal so Deswegen Ich verspreche für nix Und deswegen ist es ein eher unregelmäßiges Let's play Und Ja Ich will halt nicht zu viel versprechen 30 PS Oh Sieht halt in der Aufnahme komisch aus Das ist wahrscheinlich So dass wir einen Tagsitz bei den Menschlichkeit wiederherstellen glaube ich Zumindest wüsste ich keinen anderen Grund oder Noten für eine Blut Aber Wie gesagt Ich erinnere mich Ich habe Einmal ein bisschen reingespielt Aber Nicht wirklich Ich glaube ich habe es ein bisschen Ushikatana gemacht Und so was Ich hatte vorher 108 Spielstunden Äh Minuten Also Ja Hallo Ich bin Ich 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 ein Ich 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 Lebe Das ist klar Also so noch mehr geschickt dann würde ich jetzt erstmal sagen in der nächsten folge schauen wir uns um dann die erscheint weiß ich nicht ja ich habe es jetzt auch schon auf genug sehr unregelmäßig alles klar dann möchte ich sagen wie immer wenn es euch gefallen abgeben dann das konstruktiv und hat auch was bis nix